Nummer 7, der Aufgabengruppe 2 von 2018 für den Matheabschluss, für den mittleren Bildungsabschluss an einer bayerischen Mittelschule. Man sieht hier schon ein Baumdiagramm mit Brüchen, man sieht hier das Wort Experiment, hier auch. Es ist also eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe, eine Stochastikaufgabe. Ganz oft muss man in der Prüfung so einen Baum zeichnen, hier nicht, da hat man den Baum schon gezeichnet. Es gibt also in einem großen Behälter graue, weiße und schwarze Kugeln und die werden zweimal gezogen. Das ist das entsprechende Baumdiagramm, ein paar Dinge fehlen. Was ist gefragt? 6a. Begründen Sie anhand des Baumdiagramms, dass es sich um ein Zufallsexperiment ohne Zurücklegen handelt. Man könnte ja die erste Kugel rausnehmen, sich die angucken, notieren welche Farbe und die Kugel in den Pott zurückschmeißen. Dann wären allerdings auch beim zweiten Hineingreifen 50 Kugeln drin und es wäre im Nenner 50. Wenn also im Ast beim nächsten Schritt der Nenner kleiner wird, dann werden die Kugeln nicht zurückgelegt. Ich schreibe also als Begründungsmöglichkeit hin, der Nenner verkleinert sich von 50 auf 49. Also werden die Kugeln nicht zurückgelegt, denn hier greift jemand in einen Topf mit 49 Kugeln. 6b. Notieren Sie auf Ihrem Lösungsblatt die Nummer des Behälters, die zum dargestellten Baumdiagramm passt. So. 4 sind weiß. Das ist ja weiß. Das hier drüben ist schwarz und das da ist grau. 4 weiße. 4 von 50 sind weiß. Dann fällt Behälter 2 schon mal raus, denn hier sind 5 weiß. Dann habe ich keine Lust, die 45 grauen zu zählen. Das ist auch bestimmt nicht die Absicht gewesen von den Leuten, die diese Prüfung gemacht haben. Wenn 45 grau sind und 4 weiß, dann sind es mitten an schon 49 Kugeln. Also ist nur eine von 50 schwarz. Fällt also Behälter 3 raus, denn hier sind 2 schwarz. Es muss also Behälter 1 sein. Das schreibe ich hier auf. 1 ist der richtige Behälter. 6c. Geben Sie die im Baumdiagramm fehlenden Wahrscheinlichkeiten an. Na fein habe ich hier schon gemacht. Eine davon ist eine von den 50 Kugeln ist schwarz. Wo fehlt noch was? 4 sind weiß. Für den Fall, dass weiß gezogen wurde, ist immer noch eine schwarze drin, 45 graue. Aber eine weiße weniger. Also muss hierher 3 49 Stel. 3, weil vorher waren es 4. Eine wurde schon gezogen von den weißen. In diesem Fall wurde eine von den 45 grauen gezogen. Das bedeutet, hier sind nur noch 44 graue drin. 44 von 49 sind grau. Gut. Ich habe also für P1, P2 und P3 die Wahrscheinlichkeiten angegeben. Kann ich auch hier nochmal herschreiben. P1 ist 1 Fünfzigstel. P2 ist 44 49 Stel. Und P3 sind 3 49 Stel. Gut. 6 d. Jetzt soll ich die Wahrscheinlichkeit angeben, dass es sich bei den beiden gezogenen Kugeln um eine graue und eine weiße handelt. Ich gehe jetzt alle 9 Äste, 7 sind es nur, oder über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Äste, bei denen der Fall grau-weiß ist. Grau und dann weiß. Das wäre 45 Fünfzigstel und 4 49 Stel. Entlang des Astes wird mal genommen. 45 Fünfzigstel. Mal grau-weiß. 4 49 Stel. Und dann gibt es natürlich noch den Fall, dass ich zuerst die weiße ziehe und dann die graue. Äste werden addiert. Das ist der Fall weiß-grau. Also 4 Fünfzigstel. Mal entlang des Astes mal nehmen. 45 49 Stel. Nun muss ich noch ein bisschen Bruch rechnen können. Brüche werden multipliziert, indem Nenner mal Nenner genommen wird und Zähler mal Zähler. Dann habe ich 4 mal 45 ist 180. Auch hier 4 mal 45 ist 180. Und der Nenner ist 50 mal 49 ist 2450 hier auch 2450. Brüche werden addiert, indem der gleichnamige Nenner gleich bleibt. Der ist bei uns gleichnamig. Also 2450 Stel. Und es sind dann mit Nenner schon 360. Diesen Bruch kann ich einfacher darstellen. Zum Beispiel kann ich durch 10 kürzen. 36 245 Stel. Wenn ich so stehen lasse, ist das in Ordnung. Ich könnte diese Wahrscheinlichkeit auch in Prozent angeben. Ich teile 36 geteilt durch 245. Da kommt raus 0,147 gerundet. Die zweite Stelle ist die Prozentstelle. Das wären also 14,7%. Eine Wahrscheinlichkeit von 14,7% in diesen Topf zu greifen mit 50 Kugeln und eine graue und eine weiße rauszuholen. Das war D. Und das war die komplette Aufgabe. 7 sehe ich gerade und nicht 6. Also 7. Gut.